Hallüchen YouTube und herzlich willkommen zur neuen Serie auf YouTube und zwar StatsPush mit Broody of Antic Niki Okay Hallo Ja Der Name sagt glaube ich alles aus, wir pushen Stats auf der Map Antic, weil wir hier drauf einfach supertoll sind als Team Und weil ich supertoll bin Ja, und natürlich auch weil du supertoll bist Ähm, und ja Ich war heute morgen irgendwas bei Platz 800, jetzt bin ich 391 Ich war heute Platz 2008 und jetzt bin ich Platz 1388 Und nein, die 88 ist grad nicht ausgedacht, also no way to go Das sah richtig komisch aus, oder? Ich habe nicht einfach Blöcke gesetzt Hottie, hast du Bogen für mich? Hier 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 Ich habe das falsche Pack drin Ich habe nicht das K... ja, GG Aiming is not incoming Hottie, ich brauche Blöcke, ich komme nicht nach Hause Hottie, ich bin grad bei grün Hottie, ich habe immer 8 Gold Ja, ich hatte die vorher, wow Ich habe das Goldenteil drauf gedroppt Ich wollte, das ist eigentlich so richtig cool auf dem Weg droppen, ne? Aber... na... Theoretisch müssten wir mal so eigentlich... Alter, das war jetzt richtig geil gemacht Außer so richtig lange Runden kann man einfach nicht hochschlagen Ja, ne... So anti... So anti... So anti-crushs Jaja Wow, jetzt habe ich schon wieder 2 Gold Krass Ja, ich hole jetzt eben gelben, dann haben wir schon wieder gewonnen Ja, ich komme mit dir mit Ich habe 3 Herzen, aber ich... Zwei Herzen, weil ich Fallschrank kassiert habe Ja, baue halt noch höher, damit ich sofort verrecke Dann zieh wenigstens bis zum Dach durch, du missile Kannst du auch machen, machst doch schon Hm... Der Typ da rauf reinfällt Ich hab's bad, ne? Du kannst dir die Kills gönnen Ja, ich komme nicht mal an die Kills Willst du einen? Ah, ich kriege auch keinen Ja, der eine war halt Fullekypt Ja, der hat mich ja nichtmals gekillt, dieser komische Fullekypte da Noch hat der Finn-Crafter Echt? Da hat er mich komisch gehittet Du darfst jetzt keinen Block mehr nach oben setzen, weil sonst stirbst du, ne? Ja, ich weiß Sonst kommst du da nicht mehr hoch Warte, warte, warte Ein Kill habe ich jetzt schon mal Tschüss Das ist ruhig der Finn-Crafter Er hat geleistet Grüße gehen an dich raus Nein, Cartoon! Cartoon! Nein Okay Ja, das war die erste Runde An если cardi Lars mit Brua Ich hoffe sie ges 저�tlich gefallen hat Warten mal ein, dass das euch ein Like da Ich will in die top 100 Ich top Ja, ich will in die top 90 machen Möööö Möööööööhh Wenigstens unter Platz tausend Ja Ja, ich will auf jeden Fall heute noch unter top 300 kommen Das werden das nicht mehr Ja ich unter Platz tausend Das sollten wir auch schaffen, Cote Das schaffen wir Wir haben noch drei Stunden. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.